Die Vielseitigkeit, dass man vor allem als eigener Makler, jetzt gar nicht mal als Honorarberater, die Möglichkeit hat, sein Unternehmen selbst zu gestalten. Sprich, ich kümmere mich zum Beispiel ums Marketing, also YouTube, Facebook, Umbewertung, aber auch Unternehmensentwicklung, Software, aber auch mit dem Kunden und wie wir zusammen als Unternehmen das Kundenerlebnis steigern können. Und wenn man das dann alles in Summe, was man vorher tut, wenn dann Kunden zu uns kommen, wo man sich so denkt, hey, das ist eigentlich genau den, den wir haben wollten, dann weiß man halt, die Arbeit, die man vorher gemacht hat, die hat sich ausgezahlt und man hat Spaß bei der Beratung und man sitzt mit Leuten zusammen, mit denen man auch privat einfach mal gerne ein Käffchen oder ein Bierchen trinken würde.